Wow 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 Das war gut Das war gut Time to get real So mal schauen was wir jetzt machen müssen Weil wir scheint ja jetzt die erste Perle mit diesem Minispiel frei zu schalten Für Orzog Ich hab so Wird interessant Ich will nicht dass es lädt Nein Risikoraub Ich guck erstmal nach links ob es hier was gibt. Oh ja, es geht weiter hin nach links. Oder lass uns erstmal nach rechts. Sticker Stick. Links oder rechts? Haben wir die Sticker? Ist gar nicht was da verwenden. Kleine Els oder was? Kleine Els? Das ist ein Sticker Zeichen, alles klar. Achso, ne ne. Wenn wir die Sticker besitzen, die wir verwenden müssen, haben wir im Stickerbereich nochmal eine extra Unterteilung, wo die aufgelistet sind und solange wir die nicht haben, kommen die auch nicht. Dann gehts nicht hinaus. Also noch rechts. Reichts. Oh jetzt. Ach, der nervt irgendwie. Elvis schon wieder. Mein stummer Star. Die Wachen mögen keine Eindringlinge. Du brauchst ein größeres Repertoire, um an die Murmel zu kommen, Stoffdings. Es ist eine große Ehre für mich. Ich präsentiere Ihnen den Blinzelball. Wunderschön. Wunderschön. Was ist das schon da? Was denn? Wunderbar. Dann öffne deine Sacktasche und drücken der Zurücktaste. Achso. Ich glaub, ihr habt das automatisch auf. Ja, okay. Wollte schon sagen. Ah, das zweite. Feuere den Blinzelball auf eine Blinzelplatte. Boah. Boah, was ist das? Das ist ein Cyclops, Alter. Hä? Toll, ich hab meine Drachen-Dingens gar nicht mehr an. Hä? Und was macht das jetzt, das Ding? Ach, das ist so ein Teleport-Ding, oder? Ach so, doch. Das teleportiert uns, oder? Ja, stimmt. Da, wo das Ding aufprallt, kommst du raus. Oh mein Gott. Oder zumindest nach einer bestimmten Zeit. Juhu. Was? Oder? Ach, hier? Nein, wir müssen... Müssen wir in diese komische Flüssigkeit da reinschießen? Ja. Dann kommst du da raus. Okay. Gut. Na dann. Hm. Weiter geht's. Geil. Feuer, 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 Feuer! Oh mein Gott. Hä? Ich blick nicht mehr. Okay, ich bin hier oben. Ich auch. Aua, aua. Wir haben hier oben. Toll, ich hab meinen Umhang nicht mehr. Woah, woah, shit. Bereitet ihnen einen ordentlichen Empfang, wenn ihr versteht, was ich meine. Dorte, die holt sich schon wieder die ganzen Blasen. Ah ne, ich bin der erste. Boah. Ganz alt. Nein. Ah, okay, okay, warte. Wir müssen da durch. Ne. Lol. Hä? Steht doch mal nicht im Weg hier. Hab's gesagt. Juhu. Hui. Leute, wieso bin ich hier? Geht hier ab. Das weiß ich nicht. Bin's irgendwie voll verwirrend. Oh mein Gott. Echt verwirrend. Nein. Oh, das war's. Was geht hier ab? Ach so, da oben hin. Ach so, ich dachte einfach nur, okay, ne, warte. Aha. Was, da bin ich nicht? Ne, bist du nicht. Zack, hier, Blasen einsammeln, erster Platz. Niemals. 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 Wir kommen nach der vor... Ah, okay. Hup, hup. Ups. Nein. Voll blöd, weil man sich auszusehen dann immer festhält. Das ist... Oder den anderen. Ja. Yeah. Oh mein Gott! Shit. Verlass das hier, okay. Oh, das ist wie beim Mario, oder? Ja, ja. Oh, hier unten. Stuff einsammeln. Das... Ja. Oh, wir dürfen nicht ins Scheinwerfer Licht. Oh, 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 oh. Solid Snipes! Oh,素! Knipes tot. Oh. Komm gleich. Weiter geht's. Lauf einfach weiter, lass den zurück. Okay. Hör nicht auf den, der ist immer so... Die sammelt schon wieder alles ein. Lass das nicht zugucken doch mal! Sorry. Ihr habt mehr als wir beide zusammen. Das geht gar nicht, das kann gar nicht sein. Tja. Warte ich weg, Weib! Schlag sie! Niemals! Da unten, und oben. Oh, da bin ich! Nein, nein, Laser! Ich bin tot, ich bin durch den Laser. Und jetzt? Oh, wir werden geportet. Oh ja, jetzt. Da bin ich wieder. Blasen einsammeln, Blasen! Vor ihr, vor ihr, vor ihr! Schieße weg! Gibt es da noch mehr? Nein. Nein, das habe ich nicht gespielt. Das war nur dieses Spiel. Aber da kommt bestimmt der Hund hoch. Oh mein Gott. Können wir eigentlich mit den Dingern schießen? Nein, macht keinen Schaden. Wer? Wer ist denn? Hä, wieso bin ich denn? Achso, okay. Attacke! Oh shit, nein. Das ist böse. Das ist böse. Nee, das ist easy. Das ist easy. Einfach jetzt. Nein, doch nicht. Wir müssen mal weggehen, sonst halten wir uns alle gegenseitig fest. Ja. Ich bin oben. Und sammle schon mal die Blasen ein. Verdammt. Oh, der war knapp. Oh, der war knapp. Ui! Ich sammle die Blasen ein! Mann! Oh, ich bin tot. Oh, ich habe geglaubt dich nicht. Oh shit, du musst Gas geben bevor der Laser wieder kommt. Ja. Also wenn das Geld rausfällt. Ja. Das geht's. Würfel des Todes. Wann können wir hier wieder mitmachen? Gar nicht. Gar nicht. Sammle die Blasen ein! Schnell, schnell! Nein, nein, nein! Verdammt. Geh auf, geh auf. Nein! Alter! Nicht so schnell! Nicht so schnell! Oha! Hups! Wo denn? Ach du was, bist du da rüber? Klar, easy going. Wo bin ich denn? Alter, ich mache hier alles kaputt. Tut mir leid. Was geht ab, was geht ab? Nein! So, und jetzt? Oh nein, Gott. Habt ihr gesehen? Die Dinger sind in den Tod gefallen. Unsere Sammelblasen. Oh nein, das ist schlecht. Weißen. Ami ist weg. Sehr gut. Ja, das können wir erstmal sammeln. Nee, nee, nee. Komm, da ist doch. Jetzt aber. Huiiii! Hörs noch an. Ach du, da hast du wieder Licht, pass auf. Oh mein Gott, was ist das? Ein Ass? Oh mein Gott. Okay. Ah, okay, okay. Achtung, Achtung, Achtung. Und spring! Oh Gott. Nee, ich spring nicht. Wacht die Gott auf! Wachen ruhig schon. Nein, scheiße. Ups, das war so knapp. Blasen einsammeln, Blasen einsammeln ganz schnell. Boah, ich komm nicht hinterher, achte ich. Boah, Blasen, 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 Blasen. Nein! Alle, alle, alle. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Was geht da ab, was geht da ab? Du musst hinter den Chips bleiben. Cami, du musst's machen. Oh ja, sammle ich in einen Crap. Ja, Mann. Ja, noch mehr. Ja, doch hier, Mädchenvorteil, Frauenbonus, was ist das? Oh oh oh, niemals! Nein! Scheiße! Fuck me! Nein! Sayonara, ihr Trottel! Wieso geht das denn nicht? Nix da! Oh fuck, diese Hunde! Aggressive! Aggressive Hunde! Bam! Bam! Nein! Da dort oben! Na toll, jetzt hast du es versaut. Wie? Warte, warte, warte. Jetzt kommt nämlich das sneaky Little Big Planet Veteran-Trick. Jetzt kommt es, ja. Nein! Ach so, ich verstehe. Ob das geht? Nein! Nein, geht nicht. Geh! Hä? Ich will! Das ist doch scheiße hier! Gibt's auf! Zack, eingesammelt. Achtung, Laser. Laser. Voll Laser, wie du abgehst. Kann ich jetzt nochmal auf die vordere Ebene nehmen? Cool. Huiiii! Blasen! Blasen, 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 Blasen! Ja, weiter geht's! Oh, hier fallen wir durch jetzt gleich. Jetzt wird's ernst bestimmt. Oh, 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 oh! Ich hab Angst! Oh nein, das explodiert man! Nein! Was müssen wir machen? Oh mein Gott, ich check's nicht! Scheiße! Okay, wir müssen direkt nach rechts. Wer bin ich denn? Der Händere jetzt. Laufen, 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 laufen! Und schießen! Wo? Wer bin ich überhaupt? Bin ich durch? Ich bin doch nicht durch! Oh! Und tot! Okay, nochmal. Wir müssen, also... Den ersten Laser aktiviert er ja relativ spät. Und danach muss man schießen in diesen Kreis. Genau. Komm schon! Ich bin in den Laser reingelaufen. Vergesst links nicht den... Rechts! Nein! Scheiße! Wegen dem scheiß Müll, Alter. Letztes Leben, sonst müssen wir neu starten. Okay. Du meinst, ist schon weg, oder was? Wir haben nur eine bestimmte Anzahl. Und wenn's halt nicht mehr für drei erreicht, kommen nur noch zwei wieder. Oh nein, Scheiße, Mann! Zu viel Druck! Ich bin auch da, hier! Oh Papa! Wow! Ja, Mann! Bis ich das mal realisiert hab, was da grad abgeht! Ups! Wow, springen! Wow, 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 wow! Das war gut! Festhalten einfach nur! Hier leben wir! Krass! Ich sag noch, das kann man durchspielen machen! Nee! Nein, nicht festhalten! Achso! Das ist ein bisschen blöd gemacht, dass man sich dann so festhält. Ja, alles die gleiche Taste! Warte mal, geht das wieder nach oben? Oh fuck! Ist der Laser böse? Ja, wo bin ich? Ah ne, dann machen wir unseren Safe auf hier! Aha! Walder, was für ne Action! Und da haben wir die Erste! Die Perde! Die Perde! Wuuu! Und da bin ich! Ganz dreckig! Sehr schön! Bäm! Hab ich gewonnen? Ne, natürlich nicht! Warte, warte, warte! Jetzt wird's spannend! Ich hab nämlich nochmal richtig losgelegt hier! Stand gar nicht da? Hallo! Volle Beschiss! Steckt die Katze wieder in den Sack! Steht wieder da! Aber na gut, wir haben unsere erste Perle! Und dann werden wir, denke ich mal, direkt die Nächsten in Angriff nehmen! Und falls uns wieder irgendwas von der Quest ablenkt, werden wir's trotzdem machen! Warum nicht? Und schauen, was passiert! Wusstest du schon? Über alle Zeiten! Hm, das ist ein bisschen blöd! Ja! Aber das war eigentlich schon immer so! Bei... Little Big Planet! Okay! Aber jetzt lädt's echt ganz schön lange! Ja! So! Fettes Video! Woah, Cutscene! Cutscene! Nice! Versuch's mit dem Blinzelball! Dein Schlüssel zum Erfolg, Baby! Oh yeah! Oh yeah! Okay! Okay, gut! Da haben wir das erstmal! Hier kommen wir ja, wie gesagt, erst nach oben, wenn wir das Vieh haben! Also können wir das erstmal auslassen! Mach jetzt mal das Ding da weg! Das ist nervig! Und ich... Ähm... Wollen wir als erstes zum großen Baum oder in den Weltraum? Weltraum! Weltraum! Okay! Gut, dann geht's jetzt nach unten rechts! Nein! Oh fuck! Irgendwie musst du doch da wieder rauskommen! Da... gibt's keinen Weg raus! Das ist die Todeszone! Achso, hier! Oh fuck! Ich bin runtergekommen! Wir müssen zu den Franzosen! Lass mal die Franzosen müssen! Oh nein! Doch, doch! Gletsch irgendwo rum schon wieder! Oh mein Gott! Dann töte dich mal! Hier ist ja direkt ein Spawnpunkt! Oder da unten! Yeah! Ach guck mal da! Hier! Ach guck mal da! Oh fuck! Jetzt leckt's grad übel! Okay! Nice! Wir müssen irgendwie wieder hoch! Ja! Warte ich komm zu euch! Yeah! Jetzt! Kann er da jetzt rum? Alter nimmt aber immer wieder... Ich möchte meine Drachenkappe aufbehalten! Aber wir können... Wenn wir den Ball schießen! Kommen wir da hin! Und sind dann da oben! Das ist Eckblatt voll! Oh nein! Irgendwie... Ich komm mal... Oh fuck! Oh fuck! Jetzt müssen wir ja... Ah nein! Wir müssen zu den Franzosen! Und ich setze jetzt erstmal das Ding ab! Wie war denn der? Wie setzt du ihn überhaupt... Wie mach ich denn das weg, dass ich gar nichts in der Hand hab? Auf ein leeres Feld gehen! Ah ok! Nee nee! Du musst auf das was du ausgerüstet hast und dann auswählen! Ich bin doch in das Feld gegangen! Das ging bei mir nicht irgendwie! Okay! Mach den! Also wenn wir jetzt diesen komischen Helm aufsetzen, dann können wir uns da rüber schießen! Ja! Ey, das ist mein Ding los! Wir müssen ab! Wir haben schon ein Treffen hier! Du hast schon ein paar Skills! Und jetzt gehen wir zum Franzosen! Aber ich möchte erstmal... Ohhhh! Lass mich einfach drüben liegen! Ach hier oben! Lass mal hin! Jaja, wir müssen nach oben! Hier wird aber irgendwo ein Spawnpunkt sein, oder? Vielleicht kommt er jetzt hier mit rein, oder? Ja, wir gehen mal davon aus. Ja, vermuten es.